Ja, wir können Draft Battle machen, Chad. Zu dritt machen wir noch ein Draft Battle, oder? Ja. Und der Gewinner kriegt's. Ja, aber wir machen nur eine Draft Runde. Das heißt, wenn jetzt irgendwie was Gleichstand ist, dann Münchnippen direkt. Dann Münchnippen oder Pack Battle oder so irgendwas. So, dann Abfahrtschnickers. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Du legst Reihenfolge fest. Ich beginne. Ja. Dann kommt Buraco und dann kommt Timao. Okay. Kein Draft mit 7 Points. Alright. Hier gibt's ein ungeschriebene Gesetz. 4, 2, 3, 1 Aufstellung muss man nehmen, Burak. Ich hör schon Schmutz. Tots plus 1. Tots plus 1. Was nehm ich denn auch hier mit? Das ist eine richtig undankbare Aufstellung, das sag ich euch. HT7 King, Dankeschön, Standard, vielen Dank. Tommi, Emote only, bitte. Sag ich ehrlich. Emote only, bitte. Undankbare Aufstellung. Telefon. Telefon wandern nicht mit. Hallo. Hallo Telefon man. Hallo. Hallo Telefon man. Hallo. Hallo Telefon man. Hallo Telefon man. Hallo Telefon man. Aber Telefon man steht. Den kriegst du nicht nach Hause. Telefon man. Telefon man krieg ich sowas von nach Hause. Ja. Ich ruptor. Dankeschön. Das geht irgendwie. Boah das kriegen wir irgendwie durch. Warum wir? Du musst es durchkriegen. Das krieg ich irgendwie durch. Melvin 1125 Dankeschön für deinen Prime. Der ist hier gut investet. Ein guter Investor. Der Prime für 4,99 Euro wird schätzungsweise so in acht bis neun Monate 35 Euro wert sein. Eklige Entscheidung. Weil so viel Interaktion erlebst du nur hier bei Tisi. Eklige Entscheidung. Eklige Entscheidung. Eklige Entscheidung. Aber eigentlich. Komm sie mal rum. 70 Manor. Und rein investieren Meister. Dankeschön. Scheiße. Ja den krieg ich nicht rein. Niemals. Niemals. Das Projekt geht baden. Das ist schon mal sehr schön hier. Oh mit Klausi könnte ich mich halt hier auch perfekt. Perfekt upsaven mit Klausi. Aber ich. Ja komm ich mach Klausi. Ruptor verschenkt zwei Stück. Vielen Dank. Da steht auch die Seite schon mal sehr gut. Jawoll hinten. Benitez rein. Hopp. Gib ihm. Jalla Abfall. Gib ihm. Das ist noch okay. Jetzt brauche ich halt gute Spieler. Trinkt mir nix. Wie gut ist das im Mode von Ding hier? Von wem? Wer ist denn das? Der Tanz? Fühl dich auch. Sehr gut. Das ist nicht so einfach das Projekt hier rum zu bekommen. Boah. Scheiße das ist ein extra Punkt. Sehr gut aber. Bringt ihm nix. Ja bringt ihm nix. In meiner Mitte steht halt scheiße. Bringt ihm nix. Aber gib einen extra Punkt vielleicht. Pack da. Jetzt kommt er hier wieder rein. Perfekt. 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 Er hat immer geschenkt. Wenn es bei ihm um Draft läuft dann ist es meistens geschenkt. Von dir ne. Wenn es dann rein ist können ne. Ja ja. Verstehe ich. Ist das nur ein Selbstläufer weiß ich ihm auch. So was ist der Fall. Jetzt kommen sie. Jetzt spucken sie. Dann kriegt er irgendwo noch einfach reingeklatscht. Ich krieg ein paar Punkte mit. Nimm mal doch mal mit. Den könnte man vielleicht noch. Aber gut den krieg ich hier. Ich krieg das nie wieder raus. Obwohl ich könnte ihn ja da reinsetzen. Und ihn einfach zumindest da rein stellen. Ah ja. Englische Zweite. Was will ich mit ihm? Wie viele Tots willst du Simon? Alle. Alle. Es ist aber englische Vierte. Englische Zweite. Das wird halt saueklig. Die krieg ich halt nicht rein. 99 Flip. Dankeschön. Kann ich zwar mitnehmen. Aber bringen tun sie mir auch nix. Das ist halt das Problem. Was sagst du? Ist schlagbar aktuell noch Burak? Ja. Da könnte ich vielleicht noch 90 drücken. Bloß einen Punkt. Ja. Das wird halt schwierig. Geht nichts mehr. Krass. Steh. Dürfte noch. Da ist er doch da. Entspann dich doch. Aber da können wir halt gar nichts mehr machen. Weil wie soll ich die hier rein machen? Das ist zu viel. Zu viel. Aber das kannst du vergessen daraus zu machen. Oh Homie. Dankeschön. Abonniert schon im sechsten. Danke. Ne. Muss ich so abgeben. 192 dann. Das ist ja extra doppelt. 192 ist wirklich gut. Ja. Ist wirklich sehr sehr gut. Hat zwei Stück drin. Ja. Simon nimmt ein Gesamtwedding von 192 mit. Boah. Das ist wirklich. Ekelhaft ne. Sind auch gerade keine guten. Martin Zepter. Dankeschön. Tschau. Morgen müssen wir wieder arbeiten. Jaja. Machen wir keinen Druck. Deswegen sitze ich hier. Oh. Taylor Swift. Nehmt ihr den extra Punkt mit? Was macht der? Er zieht Bruno. Ach Gott. Das sind aber ganz kleine Köfte Eier. Ganz kleine. Ganz kleine. Ganz kleine. Ganz kleine Köfte Eier. Ich bin gespannt. Darf ich mal. Kann der da rumbaut. Go. Woah. Den Punkten muss ich mitnehmen. Den sieben Leute lässt er liegen. Den Punkten muss ich mitnehmen. Kim, ich war um Punkt. Ja. Wie will ich den einbauen? Ich hab da schon drei liegen da vorne. Ach. Der Mann ist so nervös. Woah. 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 Das war doch die richtige Entscheidung. Ich sag der Kick. Woah. Der zieht noch einen Alisson hin. Der möchte jetzt aber kein Harry crime. Geilhut nehmen, oder? Ja. Das ist Risiko. Oh. Risiko. Kurz Köfte Eier gewachsen, oder was? Torwart fehlt noch, ne? Ja, ja. Ich machs noch nicht. Am vollenden ist das... Jaaaa. Ich hab kein Torwart damit. Krank Scheiße. Was ist das für ein Psychospielchen? Was ist das für ein Psychospielchen? Warum machst du das? Schimmer, ich brauch Offensivheit. Schöne Ölöfs. Boah, der passt gut rein, ne? Der Klaus. Ist halt hart gegen den 90er Tauschen, ne? Tut weh, ne? Tut weh. Was sind die Icons? Kannst du nur draften mit Eigenbau, oder was? Ey, komm schon. Schöne Ölöfs. Also, Ziel ist es bei einem Truft auf die 100 Chemie zu kommen, ne? Es sitzt halt wirklich ja hin und schreit einfach, du nimm doch die andere Karte mit, ne? Also... Ich verstehe diesen Vorrang. Ich bekomm aber auch nichts. Es hieß auch so. Bertha Schellig. Dankeschön. Und Martin, auch dir? Guck mal, Alessandrini. Perfekt. Messi, Digga. Messi. Messi. Ich habe keine Stimme bekommen. Alter, wir haben 29 Grad, ne? Wir haben gut runtergekühlt schon den Lachs. Ich habe keine Stimme bekommen. Reakt Barca. Dankeschön. Wow. Und jetzt noch mal rumbau auf die Bundesliga und gib ihm, ne? Die Reisschüssel. Ein 97er Kimmich. Wow. Weiß ich halt. Memo. Was war das jetzt? Da kann ich's gebracht, ne? Ach du Scheiße, wird der beschenkt. Ne? Ja, aber hier ist das Projekt. Jetzt wird's schon panisch, ne? Merkst du? Ich habe nicht einen Stürmer bekommen auf der Bank. Alter. Ja, ich geh in Baden. Das ist ja vielgeschreckt. Du hast ja einen Stürmer gekriegt, ne? Ich habe nicht einen Stürmer bekommen. Jetzt geben die mir zwei gute Teute. Wow. Ja, perfekt. Digga, also den Move ziehe ich auch. Sag ich ja, wie es ist. Bernd, Abi. Dein Abi? Chef, oder was? Kurz Chef gezogen? Nein, ich muss kurz den Chef abholen, ja. Unterhilfe. Trainer darfst du denn abholen, ne? Ich weiß, ich weiß. Das ist unmöglich, ich habe keinen Stürmer bekommen. Hebst du die Hand? Wagequit? Für das, dass du immer unter den Videos hatest, als erster schreibst. Jetzt kommst du auf Wanzo, wie qualvoll du dein eigenes Ding da machen willst jetzt. Wow. Wagequit. Aber du kriegst vier extra Punkte. Tommy Chat öffnen. 185. 185. Meister? Das ist so traurig. Ach, es war hervorragend. Er kriegt sie. Was er wieder Ausstellungen kriegt. Nein, 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 nein. Stopp. Stopp. Das Thema will ich ein für alle mal klarstellen. Du hast die Reihenfolge festgelegt, nicht ich. Ich akzeptiere das, was du mir gegeben hast. Aber es war zum Glück. Das, was du mir gegeben hast. Das, was du mir gegeben hast. Ah, Pax hat was in Ordnung. Mambo number 5. Geser. Ja. Was mache ich jetzt? Würdest du mitnehmen? Würdest du mitnehmen? Würdest du mitnehmen? Würdest du mitnehmen? Würdest du einen Punkt, aber hier krieg ich auch einen extra Punkt, ne? Ich würde die Maria mitnehmen. Ja. Okay, gut. Okay, Risiko. Man ist Quatsch, kann man besser kriegen. Ja. Wir wissen beide. Wir wissen beide. Man ist Quatsch. Kann er noch besser kommen, ne? Also, ich schieb die Schuld von meinem Versagen auf Ries, Simon. Du hast die Reihenfolge. Jawohl. Was habe ich für Spieler bekommen? Wusste ich das? Hat der eine Glück. Oh fuck, Mutschick verloren. Ja, ich muss in Spencer, Digga. Sag ich euch bis jetzt. Rüdiger Abi. Was, Bruder? Was, Bruder? Was, Bruder? Bruder, was? Bruder! Nimm ruhig mit den 86er. Zieh die schön in die Scheiße. Ja, ist besser. Bruder, was? Nimm ruhig mit. Unmöglich, ihn reinzuboxen. Sag ich dir, wie es ist. Unmöglich. Eier. Eier sind da? Was machst du? Chill. Kannst du keinem erzählen? Chill. Was ist jetzt schon wieder los? Gommes wird dann bereits total die aufzählen. Chill. Chill. Das sieht der gar nicht. Hat einfach nur Glück. Das ist doch zu früh. Das sieht der einfach nicht. Einfach mal aufentspannen. Da kommt da hinten rein, Digga. Da kriegt doch eh die ganzen Karten geschenkt. Ja, guck mal. Da geht mal einer vorne dran hin. Wäre das schön, wenn der kein Ding kriegt. Nach dem Gommes nimmst du jetzt mit? Oh, das stimmt. Warte, warte. Stimme und vorwarten. Das musst du jetzt ja so reinscheißen. Vendetta! Ja, danke für deinen Prime-Sub. Blutabateidabatei. Wo war Gleise dahinten? Scheiße, den hat er mal. Aber schon mal gut, er geht mal einen Punkt da raus. Wenigmal zwei Punkte raus, richtig. So viel Schiebenmaterial ist halt krank. Kadatko! Kriegt du ja Karten, oder? Fred! Kriegt du ja Karten, Alter! Das ist brutal. Ich weiß nicht aktuell, ob der mit Drafts gepennt hat. Das ist der Kurt ohne Gurt. Der Kurt ohne Gurt? Nehm ich mit der Kurt? Nein, ich hab die Beste. Ich brauchst halt nur noch einen Goalie, Digga. Der hat was Feines, ne? Kriegst du auch noch. Aber normal wird mir in der Regel bei sowas gehopst dann, ne? Ja. Immerhin. Brauche ich gar nicht. Langt er schon. Hast's ja gepackt. Drei Stück drin. Hätte auch wahrscheinlich so noch gereicht für hochzubringen. Und jetzt hättest du aber noch Ding mitgenommen. Hättest du sogar noch den drin gehabt. Wen? Der, äh, hier Gommes. Hättest du auch den Fensi noch mitnehmen können. Ja, aber guck mal. Also, kannst du kurz zusammenzählen? Es passt. Ne, kannst du kurz zählen? Ich kann nicht zählen. Ja, das wissen wir. Okay. Mach ich für dich. Hab'n 191. Hab'n Kanzelus in die 192. Hab'n Fritz in 193. Und hab'n Salas in die 194. Ja. So. Auflösen. Was wär's, Janik, der auf dich gesetzt hat? Äh, Johannes. 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 Ich hätt' sogar noch Haaland ins Tor stellen können. Aber, Jungs, ich will's nicht zu dolle machen. Wen willst du nicht übertreiben? Wollen wir den Pack ab? Wen willst du nicht übertreiben, Chad? Seid ihr jetzt alle da? Kann ich jetzt? Komm. Hol'n Zanetti ab, hinne. Achtung. Zanetti, Zanetti. Alter, hast du das noch eben gesagt? Ja, ja. Hast du das noch gesagt? Hol'n Zanetti ab? Steck'n in die Tür. Hast du das noch gesagt? Hol'n Zanetti. Digga, du hast den aus der Hölle gekallt. Ja, ja. Ein bisschen was kann. Du hast den aus der Hölle gekallt. Ein bisschen was kann. Scheiße, Alter. Scheiße, Scheiße, Meiser. Ist ganz so schlecht. Recher Mickey, du hast den aus aber r Us. gib wer im Täck. Veil ist es QUEEN區 Urb Staat. ... Es ist die Tür.